Die Alternative für Deutschland hat ihre Sperr-Minorität in Thüringen in den Ausschüssen verloren durch die geänderte Geschäftsordnung, die durchgepeitscht wurde mit Gerichtunterstützung. Jetzt geht die AfD vor und prüft erstmal, ob eine Klage Sinn macht und möchte voraussichtlich diese Klage beim Landesverfassungsgericht einreichen, dass sie ihre Sperr-Minorität zurückerzielt. Wir wissen alle, dass es leider keine Aussicht auf Erfolg haben wird. Und nichtsdestotrotz wird das wieder mehr Leute davon überzeugen, was mit dieser Partei, die demokratisch die meisten Stimmen in Thüringen erzielt hat, mit 33% gemacht wird. Wir gucken uns die aktuelle Situation an. Moin zusammen, ich bin Olli, los geht's. Und ich hatte ja darüber berichtet, ihr seht hier das Video, AfD verliert Sperr-Minorität in Thüringen. Und das ist wirklich ein riesengroßer Skandal, denn diese Partei hat sich diese Sperr-Minorität verdient und erzielt, da eben die meisten Bürger gesagt haben, die Partei möchte ich unterstützen, das ist die Lösung, die Partei gefällt mir und sonst was. Aber nein, mittlerweile sieht es danach aus, das ist nicht in Ordnung. Denn wir sehen ja jetzt hier die Situation, die JF berichtet exklusiv darüber. AfD prüft die Klage wegen der Wegnahme ihrer Sperr-Minorität. Und Grüße gehen raus an den einen oder anderen Berichterstatter, der dann mir unterstellt hatte, da Clickbait oder sonst was zu betreiben. AfD hat keine Sperr-Minorität verloren. Okay, warum klagt die oder will die AfD jetzt voraussichtlich dagegen klagen, dass sie die Sperr-Minorität verloren hat? Mal ein bisschen besser aufpassen. Es heißt hier in diesem Artikel, die anderen Parteien ändern die Geschäftsordnung in Thüringen so, dass die AfD ihre Sperr-Minorität in allen Landtagsausschüssen verliert. Gegenüber der JF beklagt die AfD, Zitat, der Wählerwille wird konterkariert. Und anders kann man es wirklich nicht mehr ausdrücken. Und für alle die, die ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen möchten, da sehen wir nämlich von der AfD-Fraktion in Thüringen gepostet bei X. Eindrücke der konstituierenden Sitzung des Thüringer Landtags. Ergebnis, wir als stärkste Fraktion stellen nicht, wie üblich in Deutschland, den Landtagspräsidenten. Das war ja die erste Posse, die dort passiert ist. Weiterhin wurde uns der Posten des Vizepräsidenten verwehrt. Ebenfalls wurde Wiebke Musal noch nicht mal zur Vizepräsidentin gewählt. Absoluter Skandal. Obendrein wurden die Ausschüsse des Landtags durch die Altparteien so verändert, dass wir dort weder eine Sperrminorität haben, noch das Siegelbild des Wahlergebnisses zu erkennen ist. Auch wenn das verfassungswidrig ist. Wir halten fest, die stärkste parlamentarische Kraft im Land wurde von den Wahlverlierern, CDU, BSW, SPD und Linke massiv beschnitten. Doch wir werden uns wehren. Für unsere Wähler und für Thüringen. Schreiben sie hier. Und das Ganze ist ja hier ganz eindeutig zu sehen in dem Antrag. Und ich möchte es abermals festhalten, wie ich es in meinem anderen Video auch schon getan habe. Das ist nicht nur durch CDU gekommen, sondern auch BSW. Und das ist ein par excellence Beispiel dafür, dass das BSW genauso etwas ist wie jede andere Altpartei. Und ich bin eigentlich kein Freund von diesem Begriff. Aber in Thüringen haben wir wirklich par excellence gesehen, wie sich eben diese Altparteien gemeinsam gegen die stärkste Partei gestellt haben, um ihren eigenen Willen durchzusetzen. Und ich möchte dazu noch ein paar Gedanken äußern. Es war nicht klug. Es war absolut unklug, das zu tun. Warum? Wir sehen doch jetzt, wie viele Leute absolut unzufrieden mit CDU-Verhalten sind aus Thüringen. Was hätte die CDU besser machen sollen? Sie hätte machen sollen, man hätte Wiebke Musal, weil sie ja die eine oder andere, ich sag mal, schlechte Situation gemacht hat in ihrem Leben, sagen wir es mal so, und auch verurteilt wurde von Gerichts wegen, war es eine schlechte Wahl. Und man hätte hier von der CDU-Seite aus hingehen müssen und hätte gesagt, die CDU hätte einfach sagen müssen zur AfD, stellt bitte jemand anderen auf als Frau Musal, die können wir nicht wählen aus den genannten Gründen, mit ihrer Verurteilung, das geht nicht. Das hätten ganz viele Leute nachvollziehen können. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Dann hätte die AfD auf Musal bestehen können und hätte die Wahl verloren. Und dann wäre die CDU fein raus. Die CDU hätte sagen können, ja sorry, aber die Frau haben wir nicht wählen können. Punkt. Und wir haben ja der AfD die Möglichkeit gegeben, stellt eine andere Person auf. Hätte die AfD wiederum eingelenkt und hätte eine andere Person aufgestellt. Hans Wurst irgendwer, der nicht eine Verurteilung hinter sich hat. Und dann wiederum hätte die CDU den gewählt oder diejenige. Wäre gar kein Problem gewesen. In diesem Fall, genauso wie auch im anderen Fall, hätte die CDU gewonnen, weil sie gezeigt hätte, dass es nur um eine schlechte Person ging und nicht grundsätzlich, weil man der Partei alles verbieten möchte, was man selber Jahre und Jahrzehnte lang immer wieder hatte. Und genau so stellt sich die Situation so grottenschlecht für die CDU dar, dass das immense Nachteile für sie über die nächsten Jahre hinweg haben wird. Weil das wird immer und immer Thema bleiben. Genau wie die Kemmerich-Situation auch heute, viereinhalb Jahre später, noch aufzeigt, was dort abgelaufen ist. Wahlrückgängig machen und ähnliches. Das werden die nicht mehr los. Genauso Landtagspräsidentenposten verwehren. Siehste? So, und dann hier darauf zurück, auf die Sperrminoritätssituation in den Ausschüssen, stellt man die Ausschüsse nämlich jetzt hier komplett anders auf, als das üblicherweise der Fall war. Diese Mitglieder verteilen sich auf die Fraktionen unter Beachtung ihres Stärkeverhältnisses und so weiter. Und dementsprechend hat die AfD in keinem einzigen der Ausschüsse mehr die Mehrheit. Die Sperrminorität sogar. Und dementsprechend, im Plenum ist sie ja mit 32 von 88 Sitzen vertreten und bekommt jetzt ihr Recht erneut beschnitten. Das kannst du dir alles nicht mehr ausdenken, was hier abgeht. Ich finde es gut, dass die AfD jetzt hier erstmal prüft, ob man dagegen eine Klage anstrebt, ob man das macht. Das ist ja auch immer mit Kosten und Arbeitsaufwand verbunden, muss man dazu sagen. Und wenn man ja schon von vornherein weiß, dass es schwierig werden wird, ob das Ganze erfolgreich sein wird. Und wir wissen ja alle, wie solche Gerichte entschieden haben und entscheiden werden. Wir haben ja letzte Woche die Gerichtsentscheidung gesehen. Aber nichtsdestotrotz, das hat natürlich eine mediale Wirkung. Zumindest in der Zielgruppe, die die AfD halt bedient und die AfD auch weiterhin haben möchte. Und ein paar Leute aus dem Mainstream werden das dann hier und da nochmal mitbekommen und werden sich dann fragen, wie kann man denn so unprofessionell, wie kann man denn so unseriös gegen vorgehen und beschneidet diese Partei, die am stärksten geworden ist, ihre Rechte. Und da ist es unerheblich, welche Partei die Leute gewählt haben, denn viele davon werden damit d'accord sein, dass hier eine Klage angestrebt wird. Und wenn die dann halt zum Negativen für die AfD ausfällt, bin ich felsenfester Überzeugung, dass das abermals nochmal mehr Wähler zu der AfD bringen wird. Also wir sehen diesen Barbara Streisand-Effekt, der immer und immer wieder bei den Altparteien offensichtlich passiert. Das ist halt schon lächerlich. Das ist halt schon wirklich lächerlich. Die Pressesprecherin Linda Winzer sagt dazu noch, die neue Sitzverteilung widerspreche jeglicher Gesetzlage. Ja, und nochmal festgehalten, erreicht hat die CDU das gemeinsam mit der BSW. Offensichtlich haben wir hier eine neue Altpartei, hatte sich früher mal die Linke genannt. Mittlerweile braucht man sie so nicht mehr nennen. Es ist einfach ein BSW, aber es ist mit Politik, wie die Linke sie eh und je verwendet hat. Schreibt eure Meinung unten rein. Ich bin gespannt, wie die Klage ausgehen wird. Wir wissen es ja eigentlich schon, aber nichtsdestotrotz, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich halte im Laufenden. Deswegen jetzt den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten und ciao.